Der Sommer als wir unsere Röcke rufen und die Welt gegen die Wand fuhr. Menno Wiegmann, im Sommer stinken alle Städte. Er ist ein Poet und ich habe 35 Jahre ohne ihn kennengelernt. Er ist eines der größten drei Writers mit Mühlig und Rewe. Was ich über den Buch gefällt, ist das, wie viele andere Bücher, die nach dem Krieg waren, man kann nicht wirklich die Goods aus dem Evil. Alles ist sehr kompliziert. Der Schott Denkbar, Denkbar der Schott ist eine comic-like Novel mit intensiver Sprache. Und ich gehe zu jedem Publisher in Deutschland und sage, bitte lassen Sie diesen Buch werden, und in Deutschland werden. Die Deutschen können diesen Buch nicht länger leben. Es ist musikalisch. Es ist sehr musikalisch. Es ist wirklich schwierig, aber es ist auch eine Freude. Es ist unglaublich, wie sie diese Geschichte erzählt. Ich denke, es muss sehr schwer sein, zu schreiben über Liebe, ich denke, weil so viele Autors haben es bereits gemacht. Es ist ein sehr scherzes Buch. Es ist ein sehr scherzes Buch. Es gibt keine Wahrnehmung, in terms der Moral und so weiter. Und so, der Reader ist in der Ende wirklich disturbed. Er verliert die Gefühl, was ist richtig und was ist falsch. Sie funktionieren wie ein Pack, sie sind immer wie ein Wee. Und sie verlieren alle, die man von denken kann. In einem moralischen, in einem seksuellen, in einem ... Ich weiß nicht, sie verletzen Tiere. Sie verletzen die Menschen, die sie sind. Sie verletzen gar nicht über die Todes. Dertig unbraukbare Bankschrufen werden in 20 Minuten abgelehnt. So verdienen sie ein Brot mit der Marke von Gerätstrap, das nirgends verdienen kann. Wenn dies lieblose Jahrhundert beim alten Eisen ist, dann sagt mir, wer hat die größte Klappe? Wer zieht zuerst den Dolch und säbelt seine Ängste weg? Wer springt den Spiegel an? Wer rückt Treblinka gerade? Yes. Also, ich versuche ihn noch. Wer hat die Bentezgeist in den ZD-D-D-2-D-D-L-D-V-D-A-D-D-D-N-D-G-D-D-D-D,